Hallo liebe Facebook-Freunde. Draußen ist geiles Wetter. Ich sitze hier im Büro, ich habe gerade noch Fotos bearbeitet. Ich habe das Büro ein bisschen aufgeräumt, das muss auch mal sein, weil hier sah es ehrlich gesagt scheiße aus. Ich habe jetzt gerade draußen das Planschbecken aufgepustet für die Kinder, aber es muss ja getestet werden. Ja, deswegen werde ich mich da gleich mal reinlegen. So, noch läuft das Wasser ein, aber das kann ja nicht mehr lange dauern. Und dann werde ich da drinnen liegen, in dem kinderwunderbaren Spielparadies. Ja, ich freue mich. Das Wasser läuft fröhlich ein und das ist natürlich kaltes Wasser, weil scheiß auf die Eisbacke-Challenge. Ich mache jetzt die Planschbecken-Challenge. Wunderbar. Ich freue mich. Ich mache mich dann mal so langsam nackig. Ob sich die Kinder genauso doll freuen wie der Papa? Oh, ich freue mich schon. So, liebe Freunde und Fans, da bin ich, wie man sieht, ich habe nichts mehr an, außer eine Badehose. Neben mir das Wasser, das ist gefühlte, ich denke mal so 12, 13 Grad. Aber was soll's, man ist hier schmerzbefreit. Gut, ich ziele jetzt bis drei. Eins, zwei, drei. Ja, das war nur ein kleiner Test, nur eine Übung. So, aber jetzt. Soll ich wirklich? Ich mache es besser. Ich ziele von drei rückwärts runter wie ein Countdown. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Oh, wie ihr gehört noch, das Wasser ist wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Oh, das ist wirklich kaum zum Aushalten, so kalt ist das Wasser. Aber, nützt nichts, muss man doch. Komm, wir mal hier rein. Hier ist ein bisschen schöner, weil, ich muss ehrlich bestehen, hier habe ich warmes Wasser reingelassen. Ja, nun, aber ich bin mir ehrlich und gebe es zu. So, liebe Freunde und Fans. Ihr wisst ja, jedes Hochzeitspark, welches ich dieses Jahr mit einer Reportage begleite, bekommt ein Trash-The-Wrest-Shooting kostenlos. Trash-The-Wrest zum Beispiel, das kann im Nachschweck sein. Oder aber irgendwo im Meer, am Strand, auf dem Schrottplatz. Lasst euch einfach was einfallen. Ja, das wird euer Shooting, ihr bekommt es umsonst, alle Vorpaare. Alle anderen dürfen das natürlich auch wenn wir suchen, da will ich immer nicht so sein. Und wie gesagt, das wird bestimmt lustig. So, ich werde jetzt noch ein bisschen umklanschen, noch ein bisschen Spaß haben hier. Und wünsche euch einen schönen, sonnigen Mittwoch. Genau, Mittwoche heute schon. Habt viel Spaß, ging es das Wetter. Ich werde es jetzt auch machen. Oh, ich glaube meinen Kindern wird es gefallen. Ach, ihr guckt ja immer noch zu. Ausschalten, ab nach draußen, schönes Wetter. Bis zum nächsten Mal.